Und JNB sagen, dass aber liebe Zuschauer, auch da kann man einmal applaudieren, schuf vor, was er auch nicht mehr tut. Unser Kollege aus Frankreich, Janiko Gastaric. Das ist der Logische Vollkunftslaufbauweise hergezogen. So gedacht, die Zahlenbauweise jetzt im Flachbude. Wie ein Mölkungsblattpapier oder ein Blatt am Bausen, das Flugzeug runter, kann aber im Moment gar nicht stopp werden. Traut sich das an, das ist unglaublich. 22 Kilo und so diese Kugine. Tolle Flugzeug, das im Lohnkaufbau am Lohnerkai. Tolle Flugzeug, das ist wunderbar. War shuttle Thor tat. Ull!